Hallo Facebook, hallo YouTube, mein Name ist Freddy Fuchur und letzte Folge hat mir den nervigsten Kampf überhaupt. Im Internet steht er auch als der nervigste Kampf überhaupt. Dann auch ein beschissener Fehler mit der Leertaste, dass man nicht tackern kann und dadurch man einfach alles nochmal machen muss. Super, geil, scheiße. Capcom, das war nix, aber genug gemeckert, die Madame wird jetzt überlasten. Überlastet, so heißt es richtig. Und willkommen bei Remember Me. Das bin ich so froh, die Tosi hat so verdient. Schule ist aus, liebe Madame. Ja, alles gelöscht. Der Vorspammer bewegt Geräte aus der Ferne, indem er ihre Kontrollsysteme überlastet und in ihren Prozessen eine konstante Menge wertloser Daten einlagert. Das kenne ich, ist bei meinen Gehirn genauso. Nimm Ihren Vorspammer, um die Gedächtnis-Server aufzuknacken. Dann wollen wir mal. Geht ja sehr gut. Ah, halt auf der anderen Seite. So, und das muss jetzt noch da drüben. Dann wollen wir mal. Pips. Oh, geht das gut. Geht das gut. So geht's perfekt. Hey, hey, hey. Lidl, was machst du denn? Die Leute wollen mir was geboten bekommen. Okay, was haben wir jetzt? Kommen da die restlichen Daten hinzu? Oder wie oder was? Es geht weiter. Ah, okay. Halt, da sehe ich was. Ha. Hab's gesehen. Zack. Schön, 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 schön. Wie weit kann man das machen? So kommt's besser, gell? Müsst ihr auch nicht mehr gammeln. So. Ziel erreicht. Befreien Sie die Gedanken der Häftlinge. Okay, hab ich getan. Oh. Gedächtnisbefriedungsprotokolle ausgeklingt. Synchronisiere Backup mit Ursprungsspeichermedien. Du hast es geschafft. Du hast die Erroristenrevolution neu gestartet. Alle unsere Kameraden haben ihr Gedächtnis wieder. Das war da. Zellen, zelle der Geschwindel der Gehirn. An einem ökologischen Stuhl-Vertrechnisse zurück. Die die Umgebung wird. Der Weg, 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 der Weg. Noronis, sind ihre Köpfe von einer Zorn, die die Umgebung und Freiheit entfahnt, und Noronis sofort begärt haben. Und tot gegen Hauptverzeugung, gesteckte Befehlenschaft, entscheiden Sie im Chaos, eine neue Gewünschtigkeit zu schieben. Nichts hält unsere Kameraden auf. Wo ist mein Gedächtnis? Ich fühle nichts. Keine Sorge, wenn etwas hier funktioniert, deine Backups, deine Zeit wird kommen. Da ist es. Elisir! Elisir! Ihr sagt immer, Elisir! Elisir! Ich will immer mal. Ich will es. Mein Mann ist Greyck. Vielleicht reicht der Bänder, den Weg zu einem, den sie zu tun tragen! Braucht! Wer Past. Mein Leid! Ich erinnere mich. Wen haben wir getötet? Sir, die Zeremonie im Gericht beginnt in Kürze. Wir sind auf dem Weg in die... Ich weiß, ich weiß. Warte eine Minute. Anruf Alexia. Verbindung unmöglich. Bitte Nachricht hinterlassen. Alexia! Verdammt, ruf an. Ganz Paris schaut sich meine Ernennung an. Du kannst mich nicht hängen lassen. Ich brauche dich dort. Nachricht aufgezeichnet. Egoistische Kuh. Okay. Wir spielen wieder mit Erinnerungen. Rowans Erinnerungen. Vier Tage zuvor. Dann schauen wir mal. Die Trennung. Egoistische Kuh! Ich gab dir alles, Frank. Ohne Murren. Meine besten Jahre. Blödsinn. Du ruinierst meine Karriere, bevor sie anfängt. Weil ich auf einem Foto nicht neben dir stehe? Du schwindst, Frank. Ich habe keine Lust mehr. Alex! Wage es nicht zu gehen! Fick dich, Frank! Alex! Bringen Sie Florin dazu, Alexia zu töten. Na, dann wollen wir mal zurückspulen. Wie ging das? Oh Gott. So. So. Fahm. Achso. Wo ist denn was? Da war doch was. Ups. Entschuldigung. Ah. Wie war das nochmal? Scheiße, wenn man es nicht die ganze Zeit macht. Hallo? Flasche umstoßen. Komm. Flasche umstoßen. Scheiße, wie war das nochmal? Sorry, das ist gerade hier so abnob, aber... Habe ich es jetzt geschafft? Nö. Ach, da war es. Entschuldige. Mit rechter Maustaste. So, dann schauen wir mal, was passiert. So, jetzt gibt es die hier nicht mehr. Und die Waffe, mit der machen wir doch da auch nochmal was. Oh, ist das schwierig, ey. Oh, komm. Komm, komm. Darf ich mal? Meine Besten Jahre. Meine Besten Jahre, ich bin so doof. Boah, sorry, ey. Boah. So. Waffensicherheit. So. Ich gab dir alles. Oh, das war falsch. Ja, ist doch klar. Florian ist in seiner eigenen Erinnerung gestorben. Müssen wir nochmal zurück. Ich gab dir... Ich gab dir... Ich gab dir... So. Ich gab dir alles, Frank. Ohne Mohren. Meine Besten Jahre. Meine Besten Jahre. Meine Besten Jahre. Boah, ist das schwierig heute, ey. Hallo? Na, Allah. Komm. Koffer, GPS, Füller. Meine Besten Jahre. Blödsinn. Du ruinierst meine Karriere, bevor sie anfängt. So. Da wird es wieder interessant für uns. Was? Boah, ey, sag mal. So, jetzt ist es scharf, die Waffe. Weil ich auf einem Foto nicht neben dir stehe? Du schwindst, Frank. Was war das? Beistelltisch verschieben. Oh, die Flasche habe ich gar nicht mehr. Stopp. Entschuldigung. So, nochmal ganz zurück. Was soll... Oh. Ich habe die Flasche vergessen. Es tut mir leid. So, die Flasche muss aus dem Weg. Ach ne, das nicht. So, der Koffer bleibt stehen. So, dann geht es weiter. Blödsinn. Du ruinierst meine Karriere, bevor sie anfängt. Die Waffe entsichern. Weil ich auf einem Foto nicht neben dir stehe? Du spinnst. So, zur gleichen Zeit verfügbar. Nehmen wir etwa die Zigaretten. Naja, wir nehmen den. Alex, wage es nicht zu gehen. Ach so, jetzt kann er natürlich noch gehen. Was? Willst du mich hier schießen? Du kippst ja gleich um. Ach komm, Frank. Du entsicherst doch nie. Alex! 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 Und da ist die liebe Alex in seinen Erinnerungen gestorben. Aber in Wahrheit lebt sie noch. Aber das weiß er natürlich nicht. Sir, wir kommen, um Sie zum Gericht zu begleiten. Wir können nicht länger warten. Schweine! Deswegen kriegt ihr mich nicht. Es war ein Unfall. Den gefallen tue ich euch nicht. Tut mir leid, Alex. Tut mir so leid. Und fühlst du dich deswegen schuldig? Okay, gewonnen, Frank. Frank! Das Herz einer Mutter ist ein Abgrund, an dessen Boden sich stets Vergebung finden lässt. Honore de Balzac. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Der Überfall auf die Bastille brachte nur weitere Täuschung und emotionale Löcher. Sicher, Madames Herrschaft ist zu Ende. Aber meine Vergangenheit bleibt mir dennoch fremd. Ohne mein Gedächtnis habe ich keine andere Wahl, als Edges Anweisungen mit hohler Überzeugung zu folgen. Und obwohl die hier erlebten Gräuel mich zur Erroristin machten, nagt mir die wiedergewonnene Erinnerung an meine Untat an der Seele. Ich trieb jemanden in den Selbstmord. Was habe ich sonst getan? Schlimmer? Edge sieht nur Grund zum Feiern. Unsere befreiten Genossen haben sich rückbesonnen und den Kampf gegen die Sensen-Technologie neu aufgenommen. Und jetzt will er das Rückverwandlungsprojekt ins Herz treffen und Memorize auf ewig zerstören. Sein Plan? Die Bienenkönigin fangen. Silla Katja Wells, Präsidentin von Memorize. Ich muss ihr Weltbild remixen, ihre Vergangenheit entzerren und ihr Herz erweichen. Und so fragte ich mich. Ist ein Sieg den Verlust meiner Seele wert? Hebt ein Verbrechen ein anderes auf? Die alte Nillin schien es zu wissen. Doch diese Nillin, sie hat keine Ahnung. Episode 5 Kopfschuss Wenn das Angriffssymbol am Bildschirmrand oder über einem Gegner erscheint, ist es an der Zeit auszuweichen. Ja? St. Miguel Bezirk. Ach, wie hübsch. 20.23 Uhr. Es regnet. Du wirst die Memorize-Zentrale infiltrieren. Finde diese Hündin Zilla und mach Schluss mit ihrem Rückverwandlungsprojekt. Vernichte ihre irre Vision. Sie darf keinesfalls eine Lieberarmee aufbauen. Meine Lieberarmee, es wird ja ein Herzführer, meine Damen und Herren. Achso, wahrscheinlich hätte ich hier... Wahrscheinlich geht es jetzt hier richtig lang, weil ich so neugierig bin. Oder kriege ich jetzt hier was geschenkt? Normalerweise werden hier mehr Lieber. So. Aber sonst ist hier nix, gell? Was machst du so? Willst du neue Beine? Wollt ich das übersehen? Nö. Famos, famos. Aber hier ist nix los. Äh, schlechte Reime. Schlechte Reimezeit. Äh, ich geh raus. Aus dem Haus. Ah, dass sie jetzt alles so können. Ah. Dass sie jetzt alles so können. Ich hab jetzt ein bisschen mehr Macht. Denn ich bin jetzt die Einzige. Ausgehungert. Wollte die mal abhauen, gell? Wollte die mal hinkommen? Keine Ahnung. Ui, der hat mich ja fast erschreckt. Oh, was haben wir hier? Auf dieses rote Ding. Was alles hier so geht. Was ist alles hier so geht? Da seid ihr. Euch hab ich gesucht. Hey, das geht doch nicht so weit. Aber auch die Pumpe. Voll auf die Fräser. Scheiße, sind wir noch mehr. Kommt. Und als ruf. Ruf die. Blöse. Und zack. Und bad. Nochmal mit dem Stock. Du kriegst natürlich hier. Wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Mal die Katze. Ich wollte schon sagen. So, aber ihr lenkt mich nicht von meinem Ziel ab. Da ist es doch. Ich dachte gerade. Slender, man. Slender. Slender. Okay. Und wo geht's auch nicht? Gut. Nicht, dass wir... Oh, oh. Schnell. Das ist unsere letzte Chance. Memorize den Genickschutz zu verpassen. Noch ein Auftrag? Ich bin keine Sklavin, Edge. Und ich bin nicht dein Gewissen, Nillen. Du bist so frei wie jeder andere. Hier läuft jemand rum. Oh. Oder so. Hat geklappt. Iiii. Gleich kommt der Schock. Wo wird. Oder auch nicht. Na gut. Mein Herz für Roboter. Immer wieder. Denkt dran. Auch wenn sie keine Menschen sind, sollte man sie trotzdem respektieren. Ja, stimmt's. Ah, Merkall. Oder Kerlin. Oder was auch immer. Nehmen wir uns ja die Arbeit weg. Müssen wir mal so sehen. Oh, da fällt mir auf. Wir haben ja jetzt das hier. Ja. Wir sind in einer neuen Episode. Episode 5. Und sollen uns jetzt nur mal Memorize vorknöpfen. Und mal schauen, ob uns das gelingt. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich die Madame hinter mich gebracht habe. Aber unser Gedächtnis scheint lüten zu haben. Und wir haben jemanden Unschuldigen auf dem Gewissen. Und darüber macht sich Nillen anscheinend Vorwürfe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!